Hallo Leute, wie geht's euch? Hey, wie geht's euch? Multilingual Luigi ist mein Name und ich bin ein sardischer Polyglot, der auch sardisch spricht, denn immer mehr sardische Leute sprechen kein sardisch und die meisten Leute haben sogar keine Ahnung von dem Unglaublichen Sprachlichen Schatz, in der Heimat, in der Insel. Multilingual Luigi ist mein Name und es ist ein Polyglot-Sardo, der sich auf den Sardobur zu geben. Dann gibt es noch diese Art von Brüßmann. In den Sardos gibt es immer die Art von Brüßbägen, und die meisten von uns gibt es nur einen Video von dieser Richtigste Linguistische, die in dieser Sprache ist unsere Sprache. Aber warum sprechen die sardische Leute kein sardisch mehr? Also, ich würde ein paar Tage benötigen, um solche Themen richtig zu erklären, aber ich werde versuchen, eine kurze Zusammenfassung zu machen. Und dann kann ich die Sardos und die Sardos immer drüben, immer drüben. Und dann habe ich die Sardos und die Sardos und die Sardos und die Sardos. Und das ist natürlich ein kulturelles und soziales Verbrechen. In Sardinien muss man nur Italienisch benutzen, um ein normales Leben zu führen, um zu studieren, um zu arbeiten, um zu lieben. Und alles muss auf Italienisch sein. Und... Also, in der Sardos-Region Nummer 1, ich habe immer die Sardos-Linguistisch kolonisiert. Ich wollte es nicht. Ich habe immer auf die Sardos selbst, das nicht, dass man die Sardos will, die sich immer auf die Sardos und diese Sardos... Ich habe immer D Film vor. Und dann möchte ich es nicht mehr auf die Sardos und nach dann haben wir in Sardos aus. In der Sardos-Linguistisch auch nicht die Sardos-Linguistisch. Es wird aber auch auf der Sardos auf der Sardos-Linguistisch. Das ist auch auf dem Kulturell, auch die Sardos-Linguistisch, In Sardinien, wenn man in Italien eine normale Leben hat, kann man studieren, arbeiten, gestalten, sich in Italien zu erzählen. Die meisten Leute hier in Sardinien machen nichts, um dieses Verbrechen anzuzeigen und und zwar wegen Folgendes. Sie denken, dass Sardisch keine Sprache ist, weil es sich ändert, manchmal viel, manchmal weniger zwischen Norden und Süden von Sardinien und es ist wahr, dass die sardische Sprache eine der vielfältigsten Sprachen der Welt ist, aber das soll eine sehr gute Sache sein, oder? Nein, nicht für uns, nicht für diese Sarder, die so stolz auf ihre Insel und auf ihren Meer sind, aber nicht auf die Sprache ihrer Insel. Macht das Sinn? Liebe deutschsprachige Leute, bitte hilf uns von dieser Unwissenheit und Krankheit zu befreien. Angela, hilf uns bitte. Hilf Sardinien, hilf Sardisch. Was Ihr Insel Des الذersor wird in Sardinien vertreben, denn leaders zum phonensten gegen Kriegen? Was Ihr jeden? Das war? Am Ende das war damit. Hıyor die Macron in der Stadt₇zi? desa Sardinja. Es ist ebenso, dass die Zardu ist eine des Linguas linguistisch sehr riecht und sehr viele des den ganzen Welt. Aber es ist ebenso eine gute Sache, oder? Nein. Wir wollen nicht die Zardu, weil wir uns sehr stolz sind, von dieser unserer Land, von den Plägen, aber wir sind nicht sehr stolz von unserer Linguas. Wir wollen nicht. Dritter Grund. Nummer 3. Sardisch ist kein pflichtiger Fach in sardischen Schulen. Stell dir vor, fast die ganzen Regionen mit ähnlichen sprachlichen Bedingungen wie in Sardinien unterrichten die Sprache, die nach ihrem Volk und Land heißt. Aber wir, wir sind sardische Leute und wir haben die beste, wir denken, dass wir haben die beste Insel und die besten Strände der Welt. Aber wir bewerten unsere Sprache nicht höher als Kache. Und Sardisch wird dagegen. Stattdessen wird Sardisch in ausländische Universitäten gelernt und geschätzt, aber meistens nicht in Sardinien. In Sardinien ist es nicht eine materie obligatorische in der Schule Sardinien. Und wir denken, dass wir alle Regionen der ganzen Welt haben, dass wir eine Linguistische Situation von Bilingüismus wie unsere haben, dass wir eine Sprache haben, dass wir arbeiten auf den Namen der der ganzen Welt und der ganzen Welt haben. Und wir denken, dass wir in dieser Partie von Bilingüismus in der ganzen Region haben wir die Sprache, von Bilingüismus haben wir die Sprache von Bilingüismus von Bilingüismus mit Bilingüismus die Sprache und die Plage, die uns in der ganzen Welt, die uns in der ganzen Welt verbreiteten, aber nicht nur die Nudeln, nicht nur die Werte für einen, die unsere Sprache, die uns in der ganzen Welt verbreiteten, die uns in der ganzen Welt verbreiteten. Und die Menschen in der ganzen Welt sind, die wir in der ganzen ganzen Welt, Sie lernen in der Universität, während sie in Sardinien nicht lernen. Sie lernen nicht in der Universität. Sie lernen sie, aber in Bezug auf die Sprache, sie lernen sie nicht. Natürlich gibt es noch sehr viele Gründe und dumme Ausreden, die ich euch erzählen könnte. Aber für heute ist genug, das reicht. Wenn dieses Video euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch darauf und teile das mit deinen Freunden. Wenn du meine Videos teilst, unterstützt du direkt die Rettung der sardischen Sprache und die sprachliche Vielfältigkeit, diese wunderschönen Inseln zu schützen. Wenn du dieses Video auf den Video hast, dann lass uns ein Buch auf den Kanal, und mit allen Freunden die Rettung. Wenn du das Video auf den Kanal vertreten, dann kannst du direkt die Sprache, und du kannst die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache und die Sprache und du kannst, die Sprache, die Sprache und die Sprache. vielen vielen dank um dieses video zu schauen grazie a me da wo posigaste gustu video bis nächstes mal a tras bortasa lieb sprachen lieb dich selbst stima suzado stima di a tu e totu a sibiri ciao